Herzlich willkommen zum Lecturecast Garantie. Mir geht es bei diesem Lecturecast um eine besondere Form der Garantie, nämlich die dreipersonale Garantie. Bei der zweipersonalen Garantie, wir kennen das etwa als Herstellergarantie, wo der Hersteller eine bestimmte Funktionsfähigkeit seines Produktes über drei Jahre verspricht. Bei der zweipersonalen Garantie, da stellen sich eigentlich keine besonderen Rechtsprobleme. Das sind alles Fragen der Vertragsauslegung. Wann muss der Hersteller etwas leisten? Was muss er leisten? Gibt es bestimmte Bedingungen, die der Kunde erfüllen muss, um in den Genuss dieser Garantie zu kommen, etwa regelmäßige Wartungen? Alles das sind interessante Fragen, aber keine besonderen Fragen der Garantie, sondern allgemeine Fragen der Vertragsauslegung. Bei der dreipersonalen Garantie stellen sich sehr wohl besondere Fragen. Fragen, die wir als Strukturfragen bei allen mehrpersonalen Schuldverhältnissen erkennen und am besten versteht man die dreipersonale Garantie wahrscheinlich, wenn man bei der Bürgschaft beginnt und damit bei einem Rechtsinstitut, dass gerade keine Garantie ist. Bei der Bürgschaft haben wir einen Schuldner, der dem Gläubiger etwas schuldet. In aller Regel wird das Geld sein. Und der Gläubiger möchte eine Sicherheit für diese Schuld. Deshalb verspricht der Bürger dem Gläubiger, ihm zu leisten, wenn der Schuldner das nicht tut. Bürger und Gläubiger schließen einen Bürgschaftsvertrag ab, dessen Inhalt die Haftung des Bürgen für die materiell fremde Schuld, nämlich die Schuld des Schuldners ist. Diese Haftung ist accessorisch. Der Bürger muss dann nicht bezahlen, wenn der Schuldner nicht bezahlen muss, etwa weil die Schuld verjährt ist oder weil der Schuldner Einwendungen oder Einreden geltend machen kann, etwa nach § 1052 die Einrede des nicht gehörig erfüllten Vertrages. Daraus folgt, dass der Gläubiger vom Bürgen dann kein Geld verlangen kann, wenn er vom Schuldner kein Geld verlangen kann. Und das ist eigentlich ein spürbar richtiges und logisches Ergebnis. Es wäre seltsam, wenn der Bürger zahlen müsste, obwohl der Schuldner, dessen Verbindlichkeit er ja gerade besichert, nicht zahlen muss. Genau dieses Charakteristikum der Bürgschaft will man bei der Garantie ausschalten. Die handelnden Personen bleiben eigentlich gleich. Der Schuldner wird zum Garantieauftraggeber, wenn wir schon in der Diktion der Garantie sprechen wollen. Der Gläubiger wird zum Garantiebegünstigten. Und der Bürger ist kein Bürger, sondern Garant. In aller Regel ist dieser Garant eine Bank, daher sprechen wir bei der dreipersonalen Garantie auch meistens von der Bankgarantie. Das Rechtsverhältnis zwischen dem Garantieauftraggeber und dem Garantiebegünstigten nennen wir Valuterverhältnis. Dieses Valuterverhältnis kann ein ganz beliebiges Rechtsverhältnis sein, ob das ein Kaufvertrag ist, ob das ein Werkvertrag ist, ob das ein Bestandvertrag ist. Auch gesetzliche Schuldverhältnisse würden hier in Betracht kommen. Aus dem Valuterverhältnis kann es Ansprüche des Garantiebegünstigten gegen den Garantieauftraggeber geben. Der Garantieauftraggeber schließt jetzt mit dem Garanten einen Auftragsvertrag ab. Dieses Verhältnis nennen wir Deckungsverhältnis. Und der Inhalt des Auftragsvertrages ist, dass der Garant mit dem Garantiebegünstigten einen Garantievertrag abschließt. Das Besondere dieses Garantievertrages ist, und dazu ist der Garant nach dem Auftragsvertrag auch verpflichtet, der Garant soll nicht einfach nur versprechen, dass er die Verbindlichkeit des Garantieauftraggebers aus dem Valuterverhältnis besichert, dann wäre er ja nur Bürger. Der Garant soll dort eine abstrakte Verpflichtung begründen. Der Garant verspricht dem Garantiebegünstigten nämlich, dass er auf erstes Anfordern bezahlt und unter Verzicht auf alle Einreden. Das bedeutet, dass die Verpflichtung des Garanten aus dem Garantievertrag eine abstrakte Verpflichtung ist. Abstrakt, also abstrahiert vom Valuterverhältnis. Einreden aus dem Valuterverhältnis kann der Garant nicht geltend machen. Und abstrahiert vom Deckungsverhältnis. Es ist ganz egal, ob das Deckungsverhältnis mit Mängeln behaftet ist oder nicht. Wenn der Garantievertrag wirksam zustande gekommen ist, dann schuldet der Garant. Das wirkt auf den ersten Blick seltsam, denn normalerweise sagt man, dass abstrakte Versprechen unwirksam sind. Die Rechtsordnung möchte nicht, dass man sich ohne einen wirtschaftlichen Grund abstrakt zu einer Leistung verpflichtet. Allerdings gilt das nur, und wir werden das in einem weiteren Lecturecast Zurückabwicklung bei der Garantie sehen, im zweipersonalen Verhältnis. Im dreipersonalen Verhältnis bestehen gegen ein abstraktes Schuldverhältnis keine Bedenken. Aber warum wird dieses Schuldverhältnis abstrakt ausgestaltet? Warum ist es sinnvoll, dass es eine Möglichkeit gibt, nicht nur eine accessorische Sicherheit zu schaffen, sondern eine abstrakte Verpflichtung zur Leistung unter Verzicht auf alle Einreden? Das sieht man wahrscheinlich am besten, wenn man ein ganz typisches Beispiel aus der Praxis hernimmt. Denken wir zurück an den Mietvertrag, bei dem der Mieter dem Vermieter verpflichtet ist, eine Kaution zu stellen. Diese Verpflichtung, eine Kaution zu stellen, ist eine Verpflichtung im Valutaverhältnis. Das heißt, der Mieter müsste Geld in die Hand nehmen und müsste dem Vermieter dieses Geld in die Hand drücken, als Bargeld oder als Sparbuch. Das bedeutet aber natürlich gleichzeitig, dass der Mieter mit diesem Geld selbst nicht wirtschaften kann. Für ihn wäre es attraktiver, wenn der Gläubiger sich mit etwas anderem zufrieden gibt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, der Gläubiger sorgt für den Fall der Insolvenz des Mieters vor. Vielleicht gibt er sich mit einem Bürgen zufrieden. Allerdings, wir erinnern uns, ist die Haftung des Bürgen nur accessorisch. Die Situation des Gläubigers würde sich also erheblich ändern, ob er eine Barkaution bei sich hat, eine Kaution, auf die er einfach nur zugreifen muss und später vielleicht darüber streiten muss, ob das gerechtfertigt war oder nicht. Oder ob er einen Bürgen in Anspruch nimmt, der ihm sofort entgegensetzen könnte, dass der Mieter in Wirklichkeit gar nicht schuldet. Dass also der Fall, für den die Kaution bestellt ist, gar nicht eingetreten ist. Der typische Vermieter wird sich deshalb nicht damit zufrieden geben, statt einer Barkaution einen bloßen Bürgengestell zu bekommen. Er möchte mehr. Er möchte, dass ihm ein Garant verspricht, unter Verzicht auf alle Einreden auf erstes Anfordern zu leisten. Und damit zeigt sich, dass bei der Garantie es nicht nur eine Sicherstellungsfunktion gibt, die hat die Bürgschaft auch, sondern dass die Garantie auch eine Bargeldfunktion hat. Für den Garantiebegünstigten ist es mehr oder weniger egal, ob er unmittelbar auf eine Barkaution zugreifen kann, also ein Gelddepot, das er bei sich hat, oder ob er einen Garanten hat, in der Regel eine Bank, also in der Regel einen Garanten mit unbegrenzter Bonität, der ihm auf erstes Anfordern Geld zur Verfügung stellt. In beiden Fällen kann sofort auf Liquidität zugegriffen werden und in beiden Fällen muss nicht vorher gestritten werden, sondern wird erst nachher darüber gestritten, ob die Inanspruchnahme der Kaution oder der Garantie rechtskonform war oder nicht. Wir können als Konzept daher erkennen, dass die Garantie mehr ist als eine Bürgschaft. Die Garantie gibt nicht bloß Sicherheit, die Garantie gibt gleichzeitig Bargeldfunktion und bringt damit den Garantiebegünstigten in eine stärkere Position, als das die Bürgschaft tun könnte.